Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Lie, The Osprey Invasion und wir spielen immer noch die IRS Fleischpeitsche im Schneckenheimatnebel und wir können uns jetzt mal gerade diesen Store angucken, wo ich gerne mal wissen würde, ob wir da was Cooles bekommen. Okay, es gibt ein Hermes Missile, da fängt man ja an zu sabbern. Ähm, Scrap Recovery Arm, FTL Gemma Drone Recovery Arm, alles sehr, sehr gute Sachen für einen moderaten Preis, wie ich finde. Okay, wir verkaufen die, hm, sollen wir die die verkaufen? Hm, lasst mich mal gerade überlegen. Hahaha, ähm, sollen wir die Hermes kaufen? Die Hermes ist eine der besten Raketen, macht drei Schaden pro Schuss. Fünf Punkte Shield Piercing, 14 Sekunden Aufladzeit. Die Lito nur neun. Okay, ja, wir verkaufen die, ne, wir behalten die Lito mal, wir kaufen die Hermes. Wir müssen die Lito ja nicht unbedingt verkaufen, wir können sie ja mal noch behalten, vielleicht brauchen wir sehr. Vielleicht brauchen wir eine zweite Rakete. Brauchen wir einen Scrap Recovery Arm? Ähm, wir sind momentan in Sektor 5, das heißt, es kommen noch 6 und 7 und 8 ist der Last Stand, meine ich. Ich muss, oder? Wir sind bei Sektor 5 ja noch nicht durch, ne? Ähm, guck mal gerade. Last Stand. Sektor 6, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der achte ist der Last Stand, ganz genau. So, das Ding kostet 50 Scrap und wir kriegen wie viel mehr? Äh, 10% mehr Scrap. Das heißt, damit sich das Ding amortisiert, ähm, brauchen wir 500 Scrap. Und wenn wir pro Schiff ungefähr, sagen wir mal, 40 Scrap bekommen, dann heißt das, wir müssen noch 12 Schiffe besiegen, damit sich das Ding auf 0 runter hat, äh, runtergerechnet hat. Und ich bin eigentlich dann dagegen, das Ding jetzt zu kaufen. 12 Schiffe werden wir wahrscheinlich finden, ohne Probleme, denn wir haben ja, ähm, wir haben ja den Long Range Scanner, aber ein Tarn System bietet für meine Begriffe etwas mehr noch. Wir haben 8 Drone Parts, was jetzt nicht so wenig ist, das langt auf jeden Fall noch für die nächsten 8 Kämpfe. Insofern brauchen wir auch den Drone Recovery Arm nicht, wir haben genug Raketen und wir haben genug Sprit. Also belassen wir es einfach bei der Hermes Missile und holen uns einen, ah, wir können ja einen Upgrade holen, ja, der ist ja schon in den Store. Gucken wir uns doch mal das Schiff hier oben an. Schauen wir doch mal. Ähm, ähm, ja, okay, okay, äh, Long Range Scanners, try to track them as you move to engage. Ja, okay, und wir kommen in, äh, Feuerreichweite, das ist doch sehr schön. Okay, hier brauchen wir ein bisschen Zeug. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Defense Drone. Die Frage ist, belassen wir es jetzt bei der Lito, um seine Mad Bay auszuschalten? Ich würde sagen, ja. Ähm, die Hermes wären natürlich jetzt wesentlich besser geeignet. Aber ich denke, wir versuchen es eher so rum. Teleportieren wir mal in seinen Cockpit. Okay, der ging daneben. Oh, cool, da ist sogar ein Hüllenbruch entstanden. Sehr schön. Das schaffen wir. Hol mal bitte gerade die anderen Crew-Mitglieder dazu. 19 und 18 zu 24. Das war's, na, ja. Ja, tatsächlich meine, äh, was hat er ausgeschaltet? Meine Schilde. Okay. Gut, gut, gut. Das war nicht so ganz ohne. Wir haben aber kein Feuer im Schildraum oder so, ne? Oh Gott, eine Zweier Mad Bay ist einfach so unglaublich miserabel. Äh, warte mal, ihr könnt ja schon mal die Schilde in der Zeit reparieren. Das ist doof, dass wir da noch einen Treffer genommen haben. Das ist echt doof. Ja, wir haben noch mal eine Menge Kohle gekriegt, was gut ist. So, dann haltet euch mal hier. Und dann suchen wir mal den Store auf. Ja, den Quest-Marker würde ich mir schon ganz gerne nur angucken. Hm. Oh, ne Pegasus. Oh, fuck. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich ne Pegasus. Wow. 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 Ich liebe die Pegasus. Es ist mein absolutes Lieblingswaffensystem. Äh, ein Raketenwerfer, der zwei Raketen abfeuert. Ähm. Aber auf der anderen Seite, was brauchen wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall noch Crewmitglieder. Von daher würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall einen für die Schilde. Äh, wir nehmen mal Grosoli, Grosoli, Grosoli. Grosoli, Grosoli, sowas, halt. Ähm, und Magmaros nehmen wir auch noch. Und, ähm, wir upgraden unseren Teleporter. Vier. Ja, es ist sinnvoller, oben rumzuspringen. So, wir haben jetzt keine Encounter mehr mit anderen Schiffen, oder? Äh, doch. Hm, aber ich würde sagen, wir greifen schon an. Also, nochmal. Der Notruf kommt von einem Slugschiff. Und das wird von einem Mantis-Schiff, äh, gerade angegriffen. Und dann greifen wir doch die Mantis-Schiffe mal an. Gut, wir brauchen den Defense-Drone. Er teleportiert in den Waffenraum, das ist okay. Okay, da können wir ihn auf jeden Fall mal angreifen. Mach das Ding da mal gerade aus. So, dann könnten wir... Ja, wir gucken mal. So, Magmar, du gehst mal hier in die... ...Matt Bay. Du gehst auch in die Mant Bay. Grosoli geht, äh... Ne, Grosoli, bleib mal hier. Gut. Mhm, 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 mhm. Sehr schön, die Lito hat getroffen. Wunderbar. Ähm, hast du schon irgendwas an den Schilden gelernt? Ne, ne, der hat noch nichts gelernt. Gut, alles klar. Dann gehst du hier hin. Machen wir die Mant Bay aus. Na, komm. Ach, nein. Da hat der Atzler doch tatsächlich noch innerhalb einer Millisekunde das Ding repariert. Das kann ja nicht wahr sein. Geh hier runter und schalte die Waffensysteme aus. Ähm, und ihr kommt mit dazu. Okay. Ähm, wir kontaktieren dann also diesen, äh, Schneckenfuzzi. Und sie sind uns dankbar. Und, äh, sie können uns aber, ähm, keine, äh, ja, sie können uns nichts anbieten im Austausch dafür, dass wir sie gerettet haben. Aber wir können sie ja, ich gebe mal gerade hier, ich muss noch mal gerade nachgucken. Leave them be. Okay, wenn wir sagen, leave them be, dann passiert nix. Und, ähm. Okay, wir, äh, ja, wir sagen, finish them off. Es kann sein, dass sie dann uns noch weiter Scrap geben. Naja, also. Und dann sehen sie es auf einmal doch ein. Und, äh, geben uns, was sie uns versprochen haben. Das ist doch nett. Okay, äh, das ist ganz gut. Ihr habt noch 100% Health, ne? Ja, sehr schön. Äh, Grosali, du gehst mal da hin. Und Magma, du gehst hier hin. Ähm, nam, 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 nam. Und ihr geht mal auf jeden Fall auf den Teleporter. Dann müsst ihr nämlich auf jeden Fall hin. Gut, okay. Wir können weiterjumpen. Wow, sind das viele Distress Signals. Die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Wir finden eine Anti-Personal-Drone. Die wir wahrscheinlich nicht brauchen werden, aber ist in Ordnung. Gucken wir uns noch die anderen Distress Beacons an. Und, äh, jetzt werden wir gefragt, wie viele Monde hat der Planet und wir sagen, elf. Hat er gesagt, that is correct. You surprised me, humanist. Is it? Yes, we can be partners. Okay, und, äh, wir haben ein, wir haben ein neues Crew mitgekriegt. T-Lag. Coole Sache. Das ist ja praktisch, gerade wenn wir uns in einem Nebelsystem befinden. Ähm, wo wir eh nicht, ähm, über Sensoren verfügen. Okay, wir können noch ein weiteres Crewmitglied aufnehmen, um genau zu sein. Dann mal ab hier rüber. So, Tarnvorrichtung hätte ich noch ganz gerne als nächstes. Ähm. Okay, wir finden ein Schneckenschiff, die gerade dabei sind, einen, äh, beschädigten, äh, Felsen-Menschen-Frachter zu, ähm, boarden. Hm. Wir greifen sie mal an. Die haben gar keinen Teleporter, wir wollten die das denn machen. Hehehehe. Okay, die Mad Bay machen wir mal aus. Wir gehen ein bisschen mit dem Antrieb runter. Poweren wir die Hermes-Rakete. Oder die Lito. Ich würde sagen, wir poweren die Lito. Und greifen ihn im Schild-System an. So, dann geht ihr mal direkt hier auf die Transporter-Plattform. Und beam dich mal hier rein. Äh, ja, gib mir mal gerade noch mehr Evade, bitte. Die Lito brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wen hat er jetzt getroffen? Hm. Okay, machen wir es so rum. Ähm. 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 Dann gehst du hier hin und du gehst hier hin. Wow. Ich will nicht, dass er meine schönen Mantis platt macht. So, das war es doch, ne? 50 Scrap, okay. Ähm. Und der, äh, Kapitän, der Felsen-Menschen-Crew sagt er von der Danke und springt weg. Und, äh, das ist doch, äh, für, äh, das, was wir von den Felsen-Menschen wissen, ist es doch eigentlich eine sehr nette Geste und Äußerung. Okay. Brauchen wir Mad Bay Punkte? Ich weiß nicht. Ich heile mal gerade meine Crew und dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Crew ist soweit geheilt. Und, ähm, wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Ähm. Die Frage ist, ob wir jetzt noch irgendein System upgraden wollen. Ähm. Ich hätte gerne den Tarnverrichtung. Die kostet 150. Dann haben wir 64 Scrap übrig. Ich würde sagen, wir können mal auf jeden Fall noch ein Powerbar kaufen. Ähm. Und, äh. Ja, doch. Das ist eigentlich ganz okay, glaube ich. Äh. Äh, wir haben noch hier eine Schiffs-, eine Anzeige, dass ich hier ein Schiff befinde. Das gucken wir uns mal an. Das ist ein Mantis. Okay. Okay, also er will uns boarden, denke ich mal. Die Bewaffnung sieht jetzt für mich nicht so gefährlich aus. Ähm. Dann gib mir doch mal das Ding hier. Wo beamt er hin? Dahin. Alles klar. Dann kümmer du dich doch mal um ihn. Und du gehst mal hier hin in die, in den Schildraum. Und hilf dem mal gegen den Mantis. Und dann schießt du hier mal drauf. Und da ist er schon wieder weg. Und ihr zwei geht mal hier rüber. Hm. Hm, er hat unser Drohnen-System angegriffen. Grummel, grummel. Sollen wir das Feuer wenden? Eigentlich würde ich sagen, wir versuchen es immer sogar zu löschen. Hm. Klappt das da drüben? Joa, scheint so, ne? Und, äh, oh, wir kriegen noch, äh, ein Crewmitglied. Äh, Chris. Chris, pass auf. Hälfte den Leuten da oben nochmal gerade. Ah ja, sehr schön. Vier Personen an Bord des Gegners teleportieren zu können. Da kommt auch Freude auf. Jetzt müssen wir nur so viele Crewmitglieder nochmal heilen, ha? Erstmal sind die Mantis dran. Boah, den Crew geht vor. Okay. Okay, jetzt ihr. Also hier für das Schiff, wenn man da ein Engie-Metbot-Dispersie kriegt, das wäre schon ziemlich geil. Das hätte was. Ähm, ja, dann gehst du hierhin und du gehst, äh, hierhin. Und du gehst hierhin. Und zeig mir nochmal, wer war denn jetzt derjenige, den ich gerne für die Waffen gehabt hätte? Äh, okay, dann geh du mal hier rüber. Und wir nehmen noch unseren, äh, Schneckenmenschen. T-Leg, äh, kommt, äh, T-Leg ist jetzt, äh, Tille für mich, ähm, den nehmen wir dann jetzt wieder mit. Und, zeig mir nochmal gerade. Oh, da unten ist ein Store. Da gucken wir doch mal. Vielleicht kriegen wir da eine Tarnvorrichtung. Das wäre ja optimal. Ja, check it out. Oh, nein, schade. Hm. Ähm, die Sache ist nur die, ich glaube, ich brauche keine, ähm, ja, wir gehen erstmal hin und verkaufen mal die Anti-Personal-Drone. Ich meine, die brauchen wir nicht wirklich. Wann sollen wir noch hier irgendwas kaufen? Ich glaube, nein. Ich denke, eine Defense-Drone Mark 1 genügt eigentlich. Haben wir unseren Double Laser, eine Lito und eine Hermes. Vielleicht nochmal Waffensysteme upgraden. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Reparieren brauchen wir auch nicht. Ist nicht nötig soweit erstmal. Ähm. Also für eine, für eine, für eine sekundäre Boarding-Crew ist das hier eigentlich optimal. Ähm, mit den Leuten. Also solange es keine Engie oder Soltans sind, ist es ja kein Thema. Die haben auch schon fast Gold-Level erreicht. Ähm. Ja, wir jumpen mal erstmal in den nächsten Sektor und dann gucken wir mal, ob wir noch ein System upgraden. Also müssen wir natürlich irgendwann noch machen, klar. Aber, ähm, so eilig haben wir es da jetzt nicht. Was? Echt? Waren die so schnell jetzt, die Rebellen? Haben die aber nochmal einen guten Sprung gemacht. Neun Fuel für zwei Missiles. Wir haben noch zwei Sektoren, die wir erkunden müssen. Brauchen wir einen neuen Fuel? Wir haben momentan 20. Ich sag mal nein. Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich, das müsste jetzt eigentlich genügen. Oh, Soltan-Sektor ist gar nicht gut. Soltan-Sektor ist gar nicht gut. Dann hätte ich mir doch besser die Ship-Drawn gekauft. Hätte ich das mal gewusst. Hätte ich das mal gewusst. Aber, okay, immerhin kennen wir uns hier bei diesen Beacons aus. Hm. Da haben wir noch 74 übrig. Hä? Okay, wir gucken uns erstmal noch dieses Schiff an und dann entscheiden wir, was wir dann machen. Jaja, prepare to die. Alter, jetzt sei doch mal, sei doch mal ein bisschen gechillt. Schicken wir ihm erstmal die Mantis darüber. Kannst du schon mal auf die Transporter-Plattform gehen? Ach, das waren der, der schickt uns da Boarding-Drones rüber. Der Typ hat sie ja nicht mehr, Alter. Nein, warte, der hat eine... Uh, das ist gefährlich. Ich sehe es jetzt gerade. Oh, wow, 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 warte mal, der hat eine... Der hat eine Defense-Drone. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich kann mich da jetzt nicht um die Drohne kümmern. Schick mir die zwei hier rüber in sein Drohnensystem. Okay, er attackiert unsere Sensoren. Genau, wir versuchen sein Drohnen-System auszuschalten. Ja, das müsste... Ähm, mach mal so. Gut. Mach mal so. Es sieht so aus, als hätten wir jetzt seine Defense-Drone ausgeschaltet. Okay. Dann können wir mal seine Med-Bare attackieren. Sehr gut. Na, komm. Wir müssen doch mal gleich hier seine... ...seine bekackte Drohne ausgeschaltet haben. Scheint jetzt der Fall zu sein, ne? Okay, gut. Ah, er hat seine... Okay. Er hat seine Verteidigungssysteme hochgepowert. Das war's. Okay, sehr gut. Hätte ich dich getroffen, hättest du mal übel werden können. Gut, dann geh mal hin und heil mir mal meine Mantis. Sind die schon auf dem Gold-Skill? Ne, Wei-Shing noch nicht. Dann sollte Wei-Shing gegen die Drohne da drüben kämpfen. Ihr repariert mal gerade den Hüllenbruch. Derweil können die anderen mal heilen. Okay, er geht wieder rüber. Sobald da wieder Sauerstoff drin ist, wird Wei-Shing hier rüber gehen. Sehr gut. Wei-Shing verliert tatsächlich Lebensenergie gegen die... ...oder hat Lebensenergie verloren aus irgendeinem Grund. Warum habe ich den nicht richtig geheilt? Hm, da gab's jetzt keinen Skill-Punkt für. Schade. Schade, schade, schade. Repariert bitte die... ...Sensoren. Gut. Wir haben einen Store in der Nähe. Dann gucken wir uns den nochmal bitte an. Bitte einen Cloak. Nein, immer noch nicht. Das kann doch nicht sein. Nein. Dafür kriege ich hier eine Breach. Aber was will ich mit einer Breach? Was will ich mit einem Reverse Iron Field? Wenn schon dann Shield Charge Booster oder sowas. Ey, ich meine die Breach ist halt der Wahnsinn. Maximum Destruction to Ship Hull Armor. Macht vier Schaden pro Schuss. Ah, Mann, 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 Mann. Ich kaufe mir mal ein einziges Fuel, bitte. Da ist noch ein Store. Okay, fliegen wir da hin. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist wohl nicht wahr. Och, Gott, Kinder. Okay, wir sind in Sektor 6. Vielleicht überreagiere ich auch gerade, aber trotzdem. So, wir holen noch mehr Schild-Power Und kämpfen jetzt mal gegen zwei Schiffe wieder Okay, der erste Sorten Der hat aber keine Medbay Er hat auch keine Rakete Warte mal, power mal sicher Jetzt haben wir noch das Ding damit hoch Okay, ich habe es mir anders überlegt Ich kann es wieder auspowern Ja Keine Ahnung Cockpit Das muss jetzt super schnell gehen, glaube ich Okay 56 Scrap gab es dafür Oh, wir haben auch noch Fuel gekriegt Gut Jetzt lasst mich mal gerade überlegen Hat er eine Medbay? Ne, er hat eine Anti-Personal-Drone Okay Die Drohne braucht am längsten zum Cockpit Kommt mit denen auch noch darüber? Ne, warte mal Oder? Ach, ich weiß nicht Der kann doch auch gar nicht viel an den Schilden lernen Komm, noch mehr Crewmitglieder sind immer gut Ja, er holt noch eine neue Drohne Gut Gut 1,15 Ähm Holen wir die mal zurück Okay 68 Scrap, das ist ordentlich So Ähm Komm, einfach nur damit es jetzt ein ganz kleines bisschen schneller geht Leute, ich denke auch ein bisschen an euch Machen wir jetzt hier mal die Geschichte Mit der geupgradeten Medbay Dann geht es wenigstens ein bisschen schneller Ja, es hat sich dann glaube ich doch gelohnt In die Schilde Stufe 4 zu investieren Also hier ist es dann doch wieder schön zu sehen Wie wenig Power man eigentlich braucht Und das wichtigste ist eine gute Boarding Crew Ja, wir sehen eine Lebensform Okay, wir gucken mal nach Ähm, okay Also wir haben jetzt halt die beiden Möglichkeiten mit der Medbay Ich glaube, das Medbay Event hat man nur bei der Medbay Stufe 2 Und äh, ja Es könnte halt sein, dass der Typ halt durchgeknallt ist Mit dem Slugman könnte man jetzt genauer nachgucken Ähm Es ist glaube ich egal, welches der beiden Man hier nimmt Aber ich sag mal hier Bring him to your Medbay Okay, er will bei uns auf dem Schiff dienen Was ist es für eine? Ah, es ist ein Mantis Hm Hm Ähm Es ist ja eigentlich nie verkehrt Einen Angie an Bord zu haben Allerdings machen die alle auch am wenigsten Schaden Äh, ja Dann gehen wir hin und entlassen Magmar Das ist schade, weil ich den gekauft habe Aber ist okay Ich denke, Charlie ist hier in dem Fall der bessere Kämpfer für uns Okay, Leute Und dann mache ich an der Stelle Schluss Äh, mit dem Part Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Wünsche euch alles Gute Macht's gut Bis zum nächsten Mal Auf der IAS Fleischpeitsche Bis dahin Tschüss Mieter Schicks Musik Check